Die Einladung zu der Liga und zu den Turnieren fand ich mich direkt angemeldet. Im Prinzip spiele ich jetzt seit ein paar Monaten wieder Tennis und habe auch vor, das weiter zu machen. Das hat von Superspieler bis solche, die erst ein bisschen angefangen haben und jeder hat den Applaus miteinander spielen können. Wir sind sehr gut organisiert, ich denke, wir haben es in der App direkt, so wir haben unsere Resultate und wissen, wo wir spielen können. Wir werden unbedingt wiederholen. Unsereренalie Dice 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 Vielen Dank.